Ein kurzes Video, wie man einen Schlafsack einpackt. Eigentlich ist ein Schlafsack einpacken ganz was Einfaches. Wie auch, habe ich mich schon geärgert in meinem Leben, weil ich das nicht gewusst habe. Wie man einen Schlafsack einpackt und hat mich da oft gemüht. Das war eben eine große Herausforderung. So einen depperten Schlafsack zum einpacken. Das hat immer ewig gebraucht. Mit dem Video würde ich euch das erleichtern. So ist es. Ganz einfach.